Radio PSR Er muss nämlich heute nicht in die Schule, weil er Halsweh hat. Und wie er mir vorhin auch verraten hat, sogar Naseweh. Und Tara, hast du auch Halsweh? Halsweh und Kopfweh. Oh, Tara hat sogar noch Kopfschmerzen dazu, muss also auch nicht in die Schule heute. 500 Euro gab es für Familie Kadegast. Und das ist das fröhliche Gesicht von Bernhard. Der Bernhard arbeitet für die Firma Carglass. Und der guckt deshalb so fröhlich, weil dieser Steinschlag auf diesem blauen Peugeot reparabel ist, sag ich mal. Wichtig ist ja bei so einem Steinschlag immer, dass der nicht in der Mitte des Fahrerfeldes ist. Der ist in der Mitte der Frontscheibe, konnte also repariert werden. Und ich bin froh, weil Wochenende ist und weil wir endlich mal ein bisschen ausschlafen können. Montag früh wieder ab 5, die Steffen-Lukas-Show. Tschüss! Mario PSR Bis zum nächsten Mal.